Servus und hallo beim Not Another Dope Show. Wenn du mich fragst, dann nehmen sich die bayerischen Gefängnisse nicht viel untereinander. Also die haben da nicht viel Unterschied. Vielleicht der Dialekt, aber von der Arbeitsweise her sind sie fast alle identisch. Die Menschen, die da eingesperrt sind, müssen ja arbeiten und die meisten wollen auch arbeiten. Du kannst eher Geld verdienen ein bisschen und sitzt nicht die ganze Zeit auf Zelle und wirst irre, sondern du hast Bewegung und kannst Interaktion mit anderen haben, kannst dich unterhalten und hast auch Möglichkeit Geschäfte zu machen, ganz klar. Jetzt ist es halt so, dass es bestimmte Produkte gibt, die man als Gefangene ausgehändigt kriegt, die andere Gefangene gerne haben würden. Zum Beispiel, wenn man in der Küche oder in der Bäckerei arbeitet, hat man Zugang zu Zucker und Hefe. Vor allem Hefe ist sehr interessant. Zum Alkoholherstellen. Und Zucker auch. Wer will schon gerne seinen Zucker selbst zahlen, wenn man sonst haben kann. Dann ist es auch meistens so, dass die Hausarbeiter und Gärte posten sind. Als Hausarbeiter bist du nicht immer auf Zelle, sondern kannst auch draußen und mit einem Flur muss geputzt werden. Wenn es da werden geputzt, dann kannst du mit den anderen Haufen rumsitzen und in der Küche quatschen, während die anderen Gefangenen, die nicht arbeiten, auf Zelle sind. Es gibt ja welche, die kriegen Sozialhilfe oder Hartz IV, weiß nicht, was das heute ist. Damals war Sozialhilfe. Die sind dort nicht arbeiten gegangen und die sind 23 Stunden in einem Loch drin. Die kommen einmal eine Stunde im Hofgang raus und beim Ein- und Ausrücken der Arbeiten bei der U-Haft kurz und bei der Strafhaft, da ist halt dann schon auf eine Stunde oder zwei die Häuser drin. In Bernau zum Beispiel sind sechs Häuser und in jedem Haus sind zu. Da ist dann ein Beamter drin für drei Stockwerke. Da sind die ganzen anderen Gefangenen. Ein paar Hausarbeiter sind noch da, die auch Gefangene sind. Und man ist ja auch feindlich friedlich. Man will ja bloß zur Zeit runterreißen und dann raus aus dem Gefängnis wieder. Die meisten haben gesagt, sie waren auf Endstrafe. Du unterhältst dich da plötzlich mit Menschen, wo du niemals auf die Idee gekommen wärst, dass du die kennst, dass du mit denen reden würdest. Weiß ich nicht. Die haben halt dann jemanden überfallen, aus irgendeinem blödsinnigen Grund heraus, angetrunken, eine Hemmung weg. Und ja, blödsinnige Sachen halt eigentlich. Weiß die meisten sitzen da, weil sie mit ihrem Leben nicht so umgehen können, wie der andere auch. Das für meine Arbeit verdient, reicht hinter mir vor nicht. Für eine Familiengründung sowieso nicht. Auto und Statussymbole, das Ganze kostet alles Geld. Du verdienst aber nicht genug. Versuch doch mal so in München ohne Ausbildung Fuß zu fassen. Du kannst ja nur irgendwo außerhalb in deinem Dorf leben, weil du dir die Miete innerhalb von München gar nicht leisten kannst. Was machst du denn jetzt aber, wenn deine ganzen Freunde da leben? Da musst du ja irgendwie schauen, dass du irgendwie, weißt, ich mein, damals in den 80er und 70er, da haben sie mal per Lach aus dem Boden gestampft und haben viel gemacht, damit man einkaufen kann, dass da Familien leben können, dass da Kinder Spielplätze haben, aber für die Jugendlichen haben sie gar nichts gehabt irgendwie. Also ich war ja damals Jugendlicher, hatten sie vergessen. Und dann hieß es plötzlich, wir werden eine Null-Bock-Generation, weil halt die Leute alle dauernd und deine Angst-Atmosphäre klebt haben ein bisschen. Ständig hätte irgendwas mit Russland passieren können und dann Atomkrieg ausbrechen, jetzt müssen sie uns das die ganze Zeit glauben lassen, dass das so ist. Dann gab es die RAF, die da ständig in der Zeitung stand und die sich wohl in solche Hochhäuser verstecken und man wusste nicht wo in Deutschland und hätte genauso gut per Lach sein können. Genau solche Häuser mit Tiefgarage. Und ja, was haben Jugendliche da gemacht? Wir haben geklaut, wie die waren. Wir sind durch die Läden und haben da Sachen gestohlen und das haben uns die Größeren vorgemacht als Kleinere. Also ich war ja dann irgendwann aus dem Spielplatzalter raus, aber noch kein Jugendlicher, da warst du irgendwo zwölf Jahre oder so. Und die Großen, da wo man sich dann halt hinorientiert, die haben gesoffen, die haben geschlägert, die haben gekifft, die haben Zöcke geklaut und ab und zu war dann mal einer von denen mit ein paar Jüngere unterwegs und dann haben sie halt uns benutzt für einen Sparschwein klauen aus irgendeinem Laden raus, wo das Trinkgeld drin ist oder so ein Blödsinn. Sachen, die man eigentlich als Kind gar nicht machen würde wahrscheinlich. Aber die Großen haben es einen abgemütigt, sag ich jetzt mal, was ich lustig fand. Wenn man älter wird, dann merkt man ja sowieso, was da passiert und dann hat man auch auf, da hinzugehen und geht da weg. Aber das Interessspuren. Und wenn es dann kein Jugendheim und nichts gibt oder es gab eines oder zwei für ganz Neuterlach und da waren ein paar Schlägertypen drin, ich sag jetzt auch mal von Arbeiterfamilien, die Söhne und Töchter, haben mehr die Söhne. Einige davon waren an der Sonderschule und Schläger halt. Die haben mit zum Beispiel Türken oder so nicht zugelassen in diesem Dreizeitheiming. Jetzt bin ich aber mit Türken, Griechen, Italiener und alles mögliche groß geworden. Das heißt, so ein Multikulti hat da richtig funktioniert bei den Kindern auf jeden Fall. Die Eltern halt nicht, weil die den ganzen Tag in Arbeit waren. Wie sollten die sich da, die haben ja mit den Kollegen. Aber wir Kinder, wir waren echt, die haben untereinander gespielt, sind in den verschiedenen Wohnungen gewesen und haben halt dann mitgeessen und nacht und getan. Sind eingeladen worden, tralala und alles mögliche. Jetzt kommst du aber dann in so ein eine Dreizeitheim her und da akzeptieren die bloß Deutsche und sagen immer, ich bin spitze, ein bisschen über der Wurst, was ist denn der Scheiß? Und irgendwann einmal sind wir halt dann groß genug gewesen, dass wir halt da doch rein haben können, ja. Dass später da drin Drogen verkauft worden sind, das hat nichts mit Ausländer zu tun gehabt, sondern mit der Perlach. Einfach. Ja, die Leute werden immer älter und wie ich schon gesagt habe, wenn du da in so einer Schule wirst, wo die Lehrer hoffnungslos überfordert sind und die Schüler, die ein bisschen besonders geführt können, nicht geführt werden, dann kann da nur Blödsinn rauskommen. Das heißt, ich habe mich nur unter Vorrat geführt und habe halt keine Lust zum Lernen gehabt. Dumm bin ich nicht, aber irgendwie wollte die halt nicht. Und erkannt worden ist es halt nicht, sondern so viel Stress und nee, komm, guck mal einfach weg. So eine Wegschau-Mentalität. Damals durftest du mit 16 Jahren Zigaretten rauchen, nikotinsüchtig werden. In der Schule gab es auch eine Ecke für die letzte Klasse, weil da waren einige ja schon 16, die durften da stehen. Es wäre ein leichtes gewesen für einen rauchenden Lehrer, sich da dazuzustellen, aber nein, haben sie nicht gemacht, sodass da welche schon gestanden sind, die halt 14 und 12 waren und so es auch angefangen haben. Heißt du? Zu meiner Zeit hieß es, in deutschen Schulen wird gedealt und da gäbe es Cannabis. Hat alles nicht gegeben. Zigaretten hat es gegeben. Nur Zigaretten. An unserer Schule gab es einen einzigen Kiffer. Und Simon hieß der. Und der war halt schon ein bisschen älter und da haben wir mal sitzen geblieben oder sowas und ist deswegen bei uns in der Klasse gewinnt und hat halt schon gekifft. Aber der war ein einziger und hat jeden, der es mitbekommen hat und den angesprochen hat, abgeraten davon. Er hat gesagt, das ist halt alle noch zu jung. Macht's das nicht. Wartet bis zuerst der Schule raus, als wenn. Und ja, bei mir hat es halt angefangen, mein Kiffen, ein Jahr nachdem meine ganzen Kumpels angefangen haben. Wir waren immer im Sudermann-Zentrum. Da saßen wir immer rum, da haben wir so eine Gicke. Und dann gab es noch einen anderen Ort, der heißt Herrplatz. Und von dort waren halt auch immer so minderbemittelte Köppe dabei und immer Schlägern und sowas. Und auch normale Leute. Aber da waren gar keine Mädchen. Warum nicht? Weil die halt als gewalttätig verrufend bekannt waren. Bei uns waren jede Menge Mädel. Warum? Weil wir mit waren zu anderen Menschen. Mit Menschen. Wir haben halt nicht dauernd geschlägert oder überhaupt mit irgendjemandem gestritten. Dann kamen wir mal der Tag, wo die rüber sind und sagten, hey, wir möchten uns mit euch zusammen abhängen. Ihr habt's Mädels, wie ihr Mist und blablabla. Und ja, lange wieder kurzer Sinn. Wir sind ja nette Leute. Haben sie halt dann aufgenommen. Die Wahrheit ist, die waren gar nicht so. Dann waren halt zwei dabei und dann waren auch drei, vier. Die haben sich dann immer mit reinreißen lassen von eben diesen zwei Idioten. Und das haben wir halt alle, die sie zwei die ganze Zeit unter Kontrolle halten wollen. Oder haben wir auch. Wenn man Blödsinn gemacht, wie Armin zum Beispiel, von dem habe ich auch schon mal erzählt, über zwei Meter groß, ist unten in der Tiefgleich in so einem Milchschacht reinpasst und auch noch einen Deckel hochheben können und der Kopf schaut groß. Der war ja groß genug. Das war so lustig. Die Leute sind ja erschrocken und laufen. Wir haben ja blöd gelacht. Und nur ein einziger ist halt ein bisschen schlecht draufgekommen und hat dann auch richtig Stress gemacht und dann hinderen müssen. Und den Armin beschützt, damit der dann auch nicht so einen Riesentrauma macht. Aber dann haben wir schnell zu Tode erschreckt. Ja, und dann haben es auch noch so andere Gags gegeben, wie ganz normal auf der Straße gehen, zu dritt oder so. Und plötzlich haben wir auch noch nicht zu Tode erschreckt. Ja, und dann haben es auch noch so andere Gags gegeben, wie ganz normal auf der Straße gehen, zu dritt auf den Boden fallen und so tun. Das wäre so epileptischer Anfänger und wieder aufstehen und mal weitergehen. Das wäre nichts gewesen. Einfach nur, um Leute zu schocken oder zu erschrecken. Das war halt unsere Art und Weise, unsere Zeit zu vertreiben. Weil es gab halt einfach gar nichts. Internet gab es noch nicht. Handys sowieso nicht. Festnetztelefone gab es noch mit Kabel gebunden. Du kannst auch nicht mit Funk. Telefonzellen hat es gegeben und das war es. Da kam Hasch natürlich nie gerufen, als das aufgekommen ist. Es hat vielleicht vier Wochen dauert, dann war der Perl auch überflutet. Überall gab es, jeder hat Leute gekannt, alle haben es schon mal gekifft, jeder hat es probiert. Ständig gab es irgendwo in Kreise, wo sie Leute gesoffen haben und dann einen geraucht haben. Aber das war dann auch die Zeit, wo sich das alles zerlaufen hat. Weil natürlich gab es welche, die gesagt haben, auf keinen Fall möchte ich Cannabis konsumieren und mich nervt es, dass es ihre ganze Zeit macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ganze Zeit, kam wahrscheinlich daher, dass halt immer, wenn einer zu klicken, die dazukommen ist, erst mal was rauchen wollte. Und dann haben wir halt immer wieder einen geraucht. Und der eine ist gegangen, der nächste ist kommend, haben wir wieder einen geraucht. Und dass es ein bisschen hemmungsloser alles war, das liegt natürlich daran, dass es auch bei diesem Problemfilm, dass es denen geholfen hat. Der eine, der dauernd geschlägt hat, der hat hundertprozentig ADHS gehabt. Also ich kenne ja heute Leute, die ADHS haben und die Verhaltensweisen sind schon ähnlich. Aber er hat ein bisschen krasser drauf. Er war jünger, er hat keine Medikamente gekriegt. Tja. Aber er hat es drauf gehabt, alle möglichen Unsicherungen zu vereinnahmen und dass die da im Hinterherlaufen mitmachen. Aber ich will mich natürlich jetzt nicht frei reden, weil ich bin dann irgendwann neugierig geworden, so mit 18, 19, und hab dann halt immer da Öl rauchen wollen, weil sie alle Öl geraucht haben. Und dann hab ich halt mit dem Peter und mit dem Jan Salatöl geklaut. Und noch nicht einmal Hanföl, weil wir gar keine Ahnung gehabt haben. Ja, und dann hat uns hat er dann erklärt, was ist denn Öl? Die haben sich alle beömmelt, dass sie es gehört haben. Und dann haben wir uns halt eben das erste Mal harsch besagt, gell. Hatte ich mir nur so drüber lachen. Aber damals gab es auch so diese Gerüchte, dass die Fäden in Bananenschalen drin sind, dass die törnen. Das war einfach nur so ein blödes Gerüchte, aber trotzdem hat es jeder mal probiert. Und dann haben wir angefangen, irgendwelche Palmen, Blätter und Zimmerpflanzen durchzuprobieren zum Rauchen. Kannst euch sagen, nichts davon törnt. Aber probiert haben wir es. Ja, das Verbot habe ich gleich beim ersten Mal nicht verstanden. Ich habe nicht verstehen können, wie man sowas verbieten kann. Und es war ein richtig krasser Turn, also er war richtig heftig. Ich habe Lachkrämpfe gehabt vom Allerfeindsten. Es war ein Joint, der hat den ganzen Arm gereicht. Und schon später, da wieder seinen eigenen. Aber ja, das war halt die Zeit damals. Das war gut. Das kam direkt aus Marokko, aus Afghanistan und Pakistan. Zu der Zeit gab es noch keine Taliban. Die haben da keine Kriege geführt. Die haben da alles selber machen können. Das hat sich alles verändert, als dieser scheiß Reagan, den Krieg, War on Drugs, als die angefangen haben, da in Afghanistan Kriege zu führen, und dann in Pakistan und so weiter. Das ist material schlechter geworden, teurer worden, gestreckt. Seitdem gab es gar nichts mehr von dort. Dann gab es nur Marokkanisch. Und Gras gab es so gut wie gar nicht. Wenn Sie mir erzählen, von wegen des Cannabis wäre früher schwächer gewesen als heute. Das ist einfach gelogen, weil Harz konzentriert ist auch wieder stärker, hat mehr THC. Und wir haben nur Hasche und Öl graucht. Und es war ganz selten. Erst ein Jahrchen später, als der Skunk aus Holland gekommen ist. Das war aber dann schon 86, 87, 88, sowas die Zeit. 1987, 1988, diese Zeit war das. Und es hat sich auch eine Zeit gebraucht, bis sich das verbreitet hat. Ich habe es in Bayern schon geraucht. Da haben sie noch nicht immer alle in Holland gekannt. Weil die Deutschen immer wieder da zu Hotspots fahren und dort einkaufen und dann das in Deutschland verscheuern. Ja, hat halt einer das mitgebracht und dann habe ich das Kunk gekannt. Und als ich dann einmal, wo war ich denn da? In Utrecht, glaube ich, war ich am Bahnhof. Und dann sieht das einer und fragt, was ist das, was du da hast? Und ich sage, ja, Gras ist das, das kann ja nicht. Das war Quatsch, das zeigt mal sein. Das waren natürlich Stöckchen und Samen und Gebrösel. Ich sage, ja, dann fahr doch mal nach Rotterdam oder nach Hamsterdamm. Und dann gehst du zu Sensi und dann kriegst du das. Sensi Café oder Sensi Smile gehört zu Sensi Sieb natürlich. Und die haben damals schon diese Samen angeboten, diese Leute anbieten. Und dann haben sie auch schon fertig, das Gras davon verkauft in ihren Läden. Und das kannte der gar nicht. Das war natürlich ein geiles Feeling, wenn du das so hast. Bo, Alter, du kennst das noch nicht? Du liegst doch in der Kleinzeit. So habe ich mich gefühlt, dass der Erste mir mal ein Dabbing gezeigt hat. So, bo, Alter, was ist das denn? Und wenn ich scheppert, weißt du schon, dachte, es geht nicht noch mehr, aber es ging halt dann doch noch mal mehr. Und heute muss ich sagen, ohne der Prohibition, ohne dem Verbot und diesen Versuch, das Ganze zu unterdrücken, wäre ich wahrscheinlich auch kein Aktivist geworden. Weil, jetzt springe ich mal zum Thema kurz, kurz zu dem Aktivismus. Als ich das erste Mal davon gelesen habe, dass es einen deutschen Handverband gibt und die ersten Videos von ExzessivTV auf YouTube gesehen habe, dachte ich mir, hey, da gibt es doch noch mehr Leute, die so denken wie ich, die es gerne legal hätten. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gekifft. Habe es doch zuvoll gesehen. Hat aber schon mit meinen Schmerzen zu tun. Dann würde ich auch einen Mitglied im deutschen Handverband und habe trotzdem nicht gekifft. Aber ich habe mitbekommen, dass dieses Verbot halt immer noch da ist, immer noch Leben zerstört, Existenzen kaputt macht und gleichzeitig beim Alkohol das Bekämpfen auf Zeit geschoben wird. Jetzt wirklich alles nur so halbherzig. Und beim Cannabis es eigentlich überhaupt keine vernünftigen Gründe gibt, das verboten zu halten, außer den Amerikanern im Arsch zu kriechen. Und das macht ja die CSU. Die sind ja bis zu den Knöchel, die stecken lieber den Amis im Arsch drin. Und es kann gut sein, dass das der Grund ist. Die gucken halt, die müssen dann mal rausgekriegen aus dem Arsch, damit sie sehen könnten, dass die Amerikaner langsam legalisieren. Aber da stecken den Arsch ja wieder ein Kopf rein. Oh, meine Brauereien. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Früher oder später wird es kommen, hey. Aber die freien Wähler sind ja genauso wie die gestrigen. Die leben ja alle auf ihren kleinen Steinchen, kurz für die Alpen und bilden sich ein, sie sind ein Bollwerk gegen den Rest der Welt. Oder wenn die Meeresspiegel weiter so steigen, dann sind bald mal alle da in diesem kleinen Gebiet. Das wird sehr eng da, auch in der Schweiz und Österreich. Deswegen muss man jetzt was unternehmen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Darum geht es ja nicht. Mir geht es darum, dass endlich Cannabis legalisiert werden muss. Gerade im Moment fahren die Prohibitionisten, nehmen wir so richtige, schwerige Schütze auf, kramen ständig irgendwelche Suchtklinik-Like da vor die Linse, alle mit der Schnapsnase und die großen Ohren, die dann irgendwelche klugen Sachen erzählen, die sich toll anhören. Man muss halt ein bisschen länger sich das im Kopf rumspucken lassen, was die da gerade gesagt haben, wenn jemand dahinter kommt, dass sie eigentlich wieder so einen blödsinnigen Panikmacherei-Scheiß erzählen. Ah ja, heute geht es mir nicht so gut. Merkt es ja, das Video ist heute nicht so besonders, aber wir sehen uns trotzdem wieder leicht. Peace out.